Sean, schau! Nur um euch quasi zu begrüßen, es geht weiter, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, als wir in dem Haus waren von unseren Großeltern und ja, wir sind gerade dabei stehen geblieben, wie die gute Oma zu uns ins Zimmer kommt. Ja, ich liebe das Bett, danke, Grandma. Gut, deine Temperatur ist jetzt. Ich bin viel besser jetzt. Du musst immer es schnell machen. Wie geht es, wenn wir ein paar Worte und danke dir? Es ist wie eine Bedtime-Stelle, oder? Well, this is a bit like this, yes, except the story comes from up there. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Sure. We need all the help we can get. Can you ask the blessed dad? And Sean. Um, and Mushroom. Um, and you and Grandpa. And, uh, everybody else. Oh my, you are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh, Mushroom. Please. Give us the strength to get over the hardships of the past. And the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and... Thanks again. Good night, Grandma. I feel so nice to have a bed again. And the bathroom. I hear that. Plus, you don't smell anymore. Whatever. Well... Claire seems pretty caring. And nice. I guess Stephen is, too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we... Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now. And where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? Uh... I don't know. I concentrate and... It just happens. It makes you feel strong? Like... Special and mighty? I don't think that. I don't know how I feel. Why are you asking? Never mind. Just curious. Forget I asked anything. Anyway... Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know. I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and... Everything should be fine. Sleep tight. Little cub. So. 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 Beaver Creek, Oregon. Eine Woche später. So. 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 Bandana. Bandana. Was sind das für Geräusche, Alter? Steve. This is pretty good so far. I love that Stephen only has crime and train books. Kate H. Kate H. Alkin. Verbogene. Verbor... Ach nee. Verborgene Mäuse. So. Nicht verbogene Mäuse. Verborgene Mäuse. Hm. Papas Bild. That's cool. Claire dug this up for us. That's such a baller in his suit. Tänzerin? Moment. Kleidung. Könnten wir uns... Claire wanted to throw her clothes away, but... We convinced her that with some sewing and cleaning, it would be enough. Öffne deinen Rucksack und überprüfe deine Ziele. Zum Frühstück nach unten gehen. Wir haben insgesamt noch fast 10 Dollar an Geld quasi noch übrig. Vor allem hier steht noch AFK drauf. So ein kleiner Gaming-Gag, ne? For Away From Keyboard. Das ist ein cooles Memento unserer secret cabine in den woods. Geile Hütte. Okay. Ohrenschütze sind hier noch. Thanks Claire, but... I will never wear these things. Holzblöcke. Tania was training his precision with these. Fucking awesome. So, Daniels Inventar. Alte Plane. Diese Plane wird uns trocken halten, falls es unterwegs beginnt zu regnen oder zu schneien. Crocodisc. Dann haben wir hier noch ein Weltalltaurer. Dämonenblondine, viel zu gruselig. Und ne Feldflasche, ne alte. Ich kann nicht glauben, dass wir eigentlich ein Monat da draußen über uns selbst und überlebt haben. Ne Decke. Ne Feldflasche, vermutlich das Beste, was wir in dem alten Haus gefunden haben. Night in the Forest, altes Buch. Hab ich in einem der Schlafzimmer gefunden. Jetzt hab ich endlich Zeit zu lesen. Pretty badass. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Okay, gut, dann ziehen wir uns mal an, ne? Okay, gut, dann gehen wir uns mal an. Das war's für heute. Oh, wie der mich abdringt. Warte, ich muss mich anders stellen, so. Ansehen. So, ich denke mal, hier oben gibt's noch mehr zu entdecken, ne? Können wir da rein? Was ist? Was ist? Es ist abgeschlossen, seitdem die angekommen sind. Da würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen. Ich vermute mal, dass die irgendwas verheimlichen. Fuck. I broke this thing like ten years ago. I can't believe they fixed it. They ain't kept it. So, ein Waschbecken. Gesicht waschen. Oh, man. How did we survive for weeks out there with no hot water? I used to hate brushing my teeth. Just like Daniel. Now I can't get enough toothpaste. Leeres Glas. Leeres Glas. Ja. Wow. Wow. They sure did stock us up on clothes for the winter. Medizin und Handtücher haben ja noch. Aber ich glaube, mehr können wir nicht machen, ne? Ne. Dann gehen wir mal runter zu der Oma. Better hit the kitchen quick. Claire is waiting for us. Ah, hier ist... Ist das die... Ist das... Ne, ist eher so ein... Moment. Kann man hier auch rein, oder? Steven doesn't like us in here, when he's away. Okay. Ähm... Ein Aquarium. Ähm... Also... Ähm... 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 I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. But thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers. But the entrance broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen. Remember? Gotcha, chief. Choo-choo! Oh, sugar. Oh, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. I miss Seattle, or it's good for me. I miss Seattle. My friends. There's so much more to do in the city. There's more crime, more traffic. Nobody can go out anymore. I think there's crime everywhere. I love Seattle. But it's cruel here, too. Well, it's certainly safer for children. Everybody out here is a neighbor. We try to lend a hand, like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, cool. Ähm, lass es, lass es, lass es, lass es. Stop it, you crazy? Hey, what's going on back there? Nothing. Oh, and I thought Stephen was a fast eater. Oh, that's fucking up. Grandma, I wanted to ask you something. About that locked room upstairs. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? This is bullshit. Daniel, language. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. I promise. But be careful, nobody sees you. Stay in the back, okay? Bleibt im Garten, das geht auch noch hinten los, ey. Irgendjemand erkennt doch den, und dann wird auch die Polizei gerufen. Maybe you should tell him, that it was Karen's room. And maybe you should tell him to watch his mouth. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Warum dann abschließen? Why lock it, then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof, okay? Entspann dich. Chill, alter. Chill. Nein. No, no, natürlich. Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you'd better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I bet Stephen has the key. I think they have something to do. Tiny old freak. Thank you. Alles klar. We have a set of. It's cool that Claire does her... little painting. It's always with Claire. I can't really tell if this is cute or bossy. Ob es niedlich oder herrisch ist. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht Weiß- und Buntwäsche. Niemals. Benutze einen Becher Waschmittel. Rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. in Liebe deiner Frau. Okay. Okay. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. This is fun every once in a while, but it gets old every other night. Gemälde von Beaver Creek. Und hier haben wir eine Tür? Ist die auch zu oder kann man da rein? Ne, da kann man rein. Sieht aus wie eine Vorratskamme. Hm. Wohnung-Wohlfahrtsflugblatt. I heard Claire rehearse some songs. She's got the groove. Hört. Lasst euren Weihnachtsgeist erklingen. Der Beaver Creek Weihnachtskor. 21. 22. 23. Dezember 18 bis 19 Uhr. Main Street. Siegen mit der ganzen Familie mit Apfelkuchen, Eggnog und mehr. Bereitgestellt von C. Reynolds und Key Hoover. Okay. Wir haben noch ein... Was ist denn das? Du hast die Kindheit in deiner täglichen Narrative. Schön. Aw. Du hast ein Hund? Ja. Die alte Polly hat uns drei Jahre vorhin. Aber sie ist still mit uns. Day nach dem Tag. Ist sie in Heaven? Mit Mushroom? Natürlich ist sie. Ich weiß. I wonder where this was taken. I don't picture Claire and Stephen as world travelers. Where was that picture of you guys on the beach from? We went to Hawaii when Stephen retired. Believe it or not. That's so cool. I could totally see you surfing. Did you love it? Well, it was too much paradise for me. I think Stephen could have stayed. Dad's... Hey, I want to be in your drawing. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. It's so nice to see you practice. You're so passionate. I'm not moving. Hope I look good. Drücken, um zu beobachten. Okay. Got it. Gee. I could never do that. I've looked enough. Time to draw now. Cool. I think I'm ready to draw this. Hmm. Hmm. Pretty good. But I can add more details if I want. Time to take the pen, dude. I didn't memorize what I'm drawing. I need to take a look. Okay. Got it. Ah, poor man. We've all been there. I've looked enough. Time to draw now. Das sieht recht gut aus. Grenzen ziehen. Errungenschaft freigeschaltet. Stifte. Errungenschaft freigeschaltet. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Liebes romana. Feeling of love? Passion princess? Ah. Escape to pleasure? Oh. Man. Does Claire read all these? Such a big fireplace. And not even needed. That's luxury. Claire, ich glaube, wir können nochmal mit ihr reden. An Aquarium? Have you ever seen any actual fish in there? Never. I haven't seen any actual fish in there, since we got here. Kann man mal fragen, ob da überhaupt Fische drin sind. Äh. Weihnachts-Schmuck. Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Ich glaube, das Flaschenschiff haben wir uns ja schon angeguckt. Die Liebes-Romane. Whoa. Oh, whoa, whoa, alter. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Uh, okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but, uh, I'm a lazy old man. Hey, uh, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. Uh, it's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. So, listen, I've, uh, noticed things with Daniel. Oh. You know what I'm talking about, don't you? Oh. Oh. Mir sind Dinge aufgefallen an Daniel, die, weiß er Bescheid? Oder, oder, was machen wir, Leute? Ich, das Geheimnis bewahren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Geheimnis eher bewahren. Also mein Gefühl sagt mir, das Geheimnis lieber bewahren, weil die haben ja auch ein Geheimnis vor uns. Das ist sehr offensichtlich. Die haben den Raum zugeschlossen und wollen nicht über irgendwas reden. Deswegen würde ich sagen, Bahavan, ja auch erstmal das Geheimnis für uns. Ähm, not really. What things? Well, I'm not sure how to put it, like, some kind of invisible force, the holy gift or something. Ähm, yeah, Daniel likes to pretend he's got superpowers, but, that's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. He's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. She adores Daniel, and just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. Puerto Lobos. I know you boys plan to run to Mexico, but... Puerto Lobos. We have a home in Puerto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run? That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. And for you guys too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? You can see me. Jetzt ist es anders. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, uh... Claire said you had the keys for the tool shed. Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. Okay. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in here. Oh, there you are, Sean. Got the key? Hey. I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about eight. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally. Yeah. Um, no problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff, too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, I know. Boring rules. Don't worry, Claire. Hey Daniel, there's work for you. Uh, no. I'm busy. Busy my ass. Come over here. You gotta find me first. Das kommt von oben. Unterschätzt mich nicht. Ich kann euch alle riechen. Ich kann nicht riechen, Daniel. Kilometer weit. Eine Windel stinkt bis oben hin. Scheiß dir in die Hose, wenn du mich siehst, ne? Daniel scheint so glücklich, dass du hier bist. War nur Spaß. Gut. 100 pro hinter der Tür. Was? Man muss natürlich auch bedenken, dass der kleine Superkraft hat. Der kann sich überall verstecken und irgendwelche Türen dann kontrollieren. Aber er kann ganz in der Nähe sein. Was zum Teufel. Ich rieche dich, Daniel. Ich weiß, dass du da drin bist. Gotcha. Was die? Ja. Behind you. Ja. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Again? We always have to clean everything. I don't wanna. Yeah, I hear you. Never mind, okay? Cool. Thanks, Sean. Okay, ich glaube, da haben wir aber auch schon alles durchgeguckt, ne? Was jetzt hier, ja, haben wir ja schon. Also, dich draußen im Schuppen umsehen und die dreckige Wäsche finden. Wir haben zwei, was ist denn hier, was ist denn das für eine, hier, hinüberlehnen. Das ist so weird, dass ich hier wieder zurückgekommen bin. Claire und Steven sind manchmal kind of weird, aber sie interessieren uns über uns. Ich bin froh, dass es Daniel spoilt ist. Ich wünsche mir, dass ich es. Dad nie wirklich mit ihnen zusammengekommen, doch. Ich bin froh, dass ich sie gar nicht weiß. Hm. Familie, richtig? Wir sind sicher. Das ist alles, was ich brauche. Hm. Alles klar. Oh, ich weiß nicht, warum die Krooked Frames stressen mich aus, wie das. Gut, dann machen wir erstmal die Wäsche, bevor wir hier das mit dem Schuppen machen. Da. Das hat immer schon gesehen, ja. Ähm, ich hab gedacht, das wären die Klamotten, aber gut. Die dreckige Wäsche finden. Okay. Ich weiß echt nicht, wo die dreckige Wäsche ist, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ähm, Handtücher, Haltergriff. Ich hoffe, ich muss mich nie an einer Stange halten, um zu kacken. Äh, 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 äh. Hm, dann würde ich sagen, das Brettspiel räumen wir auch mal auf. So, wo ist denn jetzt die Wäsche? Konflikt? Äh, 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 äh? Clean kitchen equals clean conscience. Claire could totally be on one of those cooking shows. She would be brutal. Claire paints all these. Not my style, but pretty impressive. Hausarbeitsliste. Yeah. Pretty different from the one we had back at home. Saugen, Handtücher falten, Schublade reparieren. Sean und Daniel, Zimmer aufräumen, schmutzige Wäsche waschen und Großeltern umarmen. Okay. Claire, alles andere. Claire can drop pretty damn good. Guess it runs in the family. Okay, dann gehen wir nochmal. Ah, da kommt er doch runter. Geh du erstmal runter. Dann geh ich hoch. So. Das Zugmodell haben wir hier noch. Hey, what's up? Come on, Chief. I just wanna see how this works. Thanks. Was denn das? Weltall-Spielzeug. Yep. Daniel knows how to milk grandma for toys. Good. He deserves to be spoiled. Ja, aber wo ist denn jetzt unsere Wäsche hier? Wir müssen ja irgendwo die dreckige Wäsche, äh... Ach, unsere Schnutze ist im Badezimmer. Okay, okay, gut. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Da ist er ja. Ach so. D haben sie gemeint. Ich hab gedacht, die wird bei uns noch im Zimmer rumliegen. Alright. Let's get it over with. I feel so good to be safe at last. Better be careful with it. It looks expensive. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Gut, das hätte man schon mal gemacht. Dich draußen im Schuppen umsehen ist jetzt unsere nächste Quest. Alright. Time to see the sun again. Daniel. You ready? We can go out now. Yes. Wait for me. Warum? Oh. Man, finally. Feels so good to be outside. Aufhau! Aufhau! What did Claire say? Who cares, what the old brat said? Was ist die alte Schachtel sagt? Kaum ist es nicht da, wird er ja frech, ne? Ne, was mir gerade eben aufgefallen ist, irgendwie waren keine Tür-Sounds da und auch die allgemeine Geräuschkulisse hat so ein bisschen gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob das normal ist, aber es war etwas seltsam. Wenn nicht, machen wir einfach beim nächsten Speicherstand nochmal einen kurzen Game-Neustart. Ihr bekommt natürlich davon nichts mit. Frozen shut. Natürlich. Äh, was? Sean, schau! Ach, das war dieser Captain Spirit, ne? Äh. Ah. Verdammt. Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, da fehlt so ein bisschen Sound an manchen Stellen. Ich mache gleich mal einen Game-Neustart. Ich mache sie. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017